Nun, Peter, warum wollen Sie nach Liverpool reisen? Ich will nach Liverpool reisen, weil meine Eltern dort leben. Sie verstehen nicht dort, Robert. Dort ist das Gegenteil von hier. Hier heißt an diesem Platz. Dort heißt an jenem Platz. Lebt Ihr Bruder in Liverpool bei Ihren Eltern? Nein, mein Herr, mein Bruder lebt nicht bei unseren Eltern. Er reist immer von einem Ort zum anderen. Wo ist er jetzt? Verstehen Sie das Wort wo? Wo heißt an welchem Platz? Wo bist du? Wir sind in Buenos Aires. Wo ist dein Vater? Er ist in Liverpool. Verstehen Sie jetzt wo? Ja, mein Herr. Sehr gut. Nun, wo ist Ihr Bruder jetzt, Peter? Mein Bruder ist jetzt in China. Ist ein Mann aus China ein Chinese? Ja, mein Herr. Ein Mann aus China ist ein Chinese. Aber Ihr Bruder ist kein Chinese. Bauer. Ich bin in der Schweiz. Ich bin in der Schweiz. Überstelle Sie. Nein, ich bin in der Schweiz. Mein Herr Obersteller ist es ein bisschenousek. Was war denn?